Musik Ein tolles Programm gab es am Samstagabend wieder, als es hieß Lulise heizt ein. Bei sommerlichen Temperaturen hatten Musiker und Akrobaten leichtes Spiel, um die zahlreichen Besucher der Luisenhütte in ihren Band zu ziehen. Für die richtige Einstimmung sorgte das Original Druckluftorchester. Man in Blech, Dress and Dance brachten die Besucher in richtige Feierlaune mit ihren Songs. Musik Herzlich Willkommen zur Luise heizt ein. Es ist das 13. Mal und ich freue mich, dass wir endlich mal richtig schönes Wetter haben, dass man die Begrüßung ohne Regenschirm machen kann. Das liegt nur an Klaus Kaiser. Die Künstler leben nicht nur vom Brot allein und von der Kunst, die wollen meistens auch so ein klein wenig Gage haben. Wir veranstalten das mittlerweile zum 13. Mal. Also hier kann man anspruchsvolle Kultur machen im Märkischen Kreis, im Sauerland. Dafür sind wir auch bekannt. Man muss da gar nicht weit fahren. Man kann eigentlich vor Ort bleiben. Wir machen das heute unter dem Motto hoch hinaus Luft. Luft ist ja alles. Wir brauchen Luft zum Atmen. Wir brauchen auch Luftakrobatik. Wir haben da schon was gesehen. Wir haben schon eben, hat mir jemand gesagt, wir sollten doch die nächste Begrüßung am Hochseil machen. Aber ich bin da nicht so ganz schwindelfrei. Ich weiß nicht, ob das ist. Ich könnte auch tief abstürzen schnell. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist ja gesagt worden, sind sehr weit angereist. Nämlich von Neheim. Von daher ist das schon so, dass wenn die Nehe immer fest sind, ist es eigentlich gutes Wetter. Von daher kann das schon ein Zusammenhang sein. Aber ich übernehme keine letztliche Garantie. Ich bin gerne hergekommen, weil das Land Nordrhein-Westfalen unterstützt ja Kultur. Und seit einem Jahr bin ich auch im Ministerium für Kultur und Wissenschaft als Staatssekretär tätig. Und ich gucke mir natürlich schon über die Zeit genau an, weil ich einfach sage, Kultur findet eben nicht nur in den Großstädten statt, sondern Kultur ist überall. Und es gibt auch keinen Unterschied bei der Qualität. Nämlich wenn wir im ländlichen Bereich Kultur machen, hat das die gleiche Qualität wie in Großstädten. Und deshalb gibt es ein Förderinstrument des Landes, das heißt regionale Kulturpolitik, wo wir sagen, wir möchten da auch einige Highlights setzen und unterstützen. Und wir haben letztes Jahr beschlossen, dass wir in der Landesregierung sagen, wir geben in den fünf Jahren, bis 2022 ist ja diese Landesregierung gewählt. Und wir verstehen uns mit der FDP auch gut. Bei uns gibt es ja nicht solche Dinge wie mit Herrn Seehofer, sondern wir sprechen alles gut miteinander ab. Und wir haben beschlossen, in den fünf Jahren den Kulturetat von 200 auf 300 Millionen insgesamt zu erhöhen. 20.900 Euro tut das Land Nordrhein-Westfalen dabei. Ich achte darauf, dass das auch künftig so bleibt. Ich habe mir das Programm angeguckt, das ist ganz großartig. Und ich gucke Ihnen in Ihre Augen und weiß, Sie haben darauf gewartet, dass Ihnen einer hier eine Stunde was erzählt, eben nicht. Deshalb wünsche ich Ihnen heute viel, viel Erfolg. Denken Sie dran, das Land tut ein bisschen dazu. Lassen Sie uns alle schön feiern. Es ist ein großartiges Programm. Ihnen viel Vergnügen und genießen das gute Wetter. Bringen wir das nächste Mal mit. Und der Landrat steht da auch für. Also Ihnen alles, alles Gute. Herzlichen Dank für die Einladung. Selbst zu bastelnde Boote mit Antrieb hatte das Balber Museum für die kleinen Gäste vorbereitet. Nervenkitzel gab es bei den Darbietungen des Hochsaaltanzes von Oliver Zimmermann. Beratungen des Hochsaalsitz Eine wirklich gelungene Veranstaltung bei herrlichstem Wetter.